So, da ist jetzt alles drin. Könnt ihr das sehen? Das ist das Messerchen. Da sind Spitzwegerich und Schafgarbenblätter drin. Natürlich habe ich das schon wieder gemacht, ohne an euch zu denken. Hier ist nochmal ein Spitzwegerichblatt, ein kleines, und hier ist ein Schafgarbenblättchen, ein kleines. Das waren auch alles ohne Blüte, sonst hätte ich nämlich eher die Blüten genommen. Aber davon habe ich nicht so viel. Jetzt kommt dieses Messerchen da rein. Ja, man könnte das jetzt auch sofort so essen. Aber mir fehlen ja schon so einige Backenzähne. Und deswegen helfe ich jetzt meinem Gebiss. Ganz ohne Strom. Und habe es ein bisschen zerkleinert. Nö. Und streue es mir über meine Melone. Das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte oder vierte Portion an Grün, die ich mir über meine Melone streue. Ist er. So. Moment. Ich schreibe leiste, jetzt bin ich bekleckert. Und ich habe noch keine Waldmaschine. Moment. Muss ich eben wegmachen. Na ja. Ist nicht so schlimm. Ja. Guten Appetit. Und ich mache das. ensen.